Hallo und Willkommen zurück zu Dead by Daylight. Ja, wie man sehen kann, wir zocken mal wieder mit den Zwillingen. Ich kann einfach nur hoffen, dass es nicht verbuggt ist. Wir haben ja immer mal das Glück, dass das immer mal wieder verbuggt ist. Blöde Kuh, Alter, was ist denn los mit dir? Was war jetzt ihre Mission, also? Hat's gemacht. Okay, dann sagst du Chen fertig, da gehen wir doch gleich mal gucken. Okay, wie kommt er so schnell weg? Wie kam die Person hier so schnell weg? Okay, sehr gut. Da wurde er abgehuckt. Okay, du willst, du willst, du willst, ich dem da herrenne. Das ist noch ein Schwenkabsch. Ich weiß nicht, dass es so eine Drohlergruppe ist. Weil die waren halt, ähm, das sind alles vier Clodettes, man kann sie auch sehen, die gehören anscheinend zusammen, ich weiß es nicht. Die alle vier zusammen gehören. Oh, da hinten ist auch jemand dran, sehr gut. Die hinten ist Clodette und sie denkt, ich seh sie nicht. Gerne geschehen, meine Gute. Na komm schon, wechsel. Danke. Dankeschön. Okay, sie haben sich erst mal geheilt. Es sind ja verdammt nochmal ein Haken, auch hier vorne. Ich wollte schon sagen, es kann doch nicht sein, wo sind die ganzen Haken hin. Ach, sie ist schon tot, wie geil ist das denn? Victor, mein kleiner Freund. Oh, da hinten haben sie losgelassen. Heißt da hinten, dass irgendwo wird geheilt oder wurde geheilt? Oh, super, 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 super. Alright, weiter geht's. Oh mein Gott, das ist ja so weit weg Scheiße, dafür brauchst du ein Flugzeug Okay Oh, hat sie gut gemacht Hm, haben wir ja gesehen Okay, mal So, macht man das, ne? Oh Gott, oh Gott Gut, oh Gott Nein Ich hoffe, hier ist niemand Okay, da hinten haben wir einen schönen Haken Den hab ich extra für dich ausgesucht Okay, da geht immer noch zurück, der Jen, sehr gut Da unten ist wieder jemand im Keller Okay, sie hat sich auch sterben lassen Okay, ich weiß das Na, auch gut Das hab ich echt vorher nicht gewusst, gell Damit man über Victor Da unten an den Schränken so platzieren kann Ich hab das wirklich vorher nicht gewusst, ne? Hier wird vielleicht den Schrank gewechselt haben Oh mein Gott, das ist dein Ernst Tja, dann war's das wohl Ich meine, die wollten doch E plus treuen Ich meine, die haben die anderen sterben lassen In den Schrank reingegangen Wo bist du denn? Das ist grad für ein komischer Back Okay, dann bist du tot Wo willst du hin, meine Gute? Ihr kleinen Miesen, benehmt euch So, du kommst auch an den Haken Okay, da wartet noch ein bisschen so Da kommst du hier dran So, du hängst im ersten Mal Sehr schön Okay, da haben sie mich wohl versucht zu treuen Aber haben sie es natürlich nicht geschafft Okay Dann war's das für die Folge Ich hoffe, es hat euch gefallen Und ja Und dann würde ich sagen Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder Und genau So, haben wir noch irgendwas zum Kaputtmachen schnell? Nö, ne? Wie immer Okay, dann war's das Wie gesagt, bis zum nächsten Mal Haut rein Wie gesagt, bis zum nächsten Mal